ja hallo herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal badwars 4x2 village mit so und zwar die planung des zweiten 1000 abonnenten specials ist beendet und ja ich kann nicht mal verraten was es wird und zwar ist der wave hat auch ein teil davon nämlich ein badwars 4x2 turnier mit 24 verschiedenen teams und ja ihr könnt euch halt dafür bewerben da mitzumachen dafür müsst ihr einfach unten in der beschreibung den link anklicken und ja wenn ihr ein forum account habt dann könnt ihr mich halt anschreiben und ja euch mit dem template halt bewerben dafür und bla 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 ich habe wieder wortfindungsschwierigkeiten und ja also ich halt mit einem team partner für das turnier bewerben was bei einem 4x2 turnier sinnvoll wäre ein team partner zu haben muss man ja so sagen töte dich bin da ja guck dann mal wo erstmal bett falsch eingebaut ich hab halt einfach darauf geschwitzt die truhe wieder abzubauen weil ich sie falsch geplaced habe ja also jetzt sagt er nix doch wayfett sagt jetzt was zum turnier vielleicht zu den schiedsrichtern etwas ja wir beide werden dann schiedsrichter sein während des turniers konnte wird jede runde dabei sein bei schiedsrichtern und ich wenn ich halt zeit habe was nicht sein wird diese kombo ja also immer wenn also immer so weit ich online bin meistens von 16 bis 19 uhr so deswegen ist sind die turnier also die spielzeiten auch von 16 bis 18 uhr eingetragen auf der page in dem zeitraum sollten sie als stattfinden die spiele damit auch immer sicher ein einer da ist halt pass auf bei uns ist einer das hat ja immer so als hätte ich nicht gesehen oh mein gott okay ich bin auch da ja und dann ist halt immer einer da der das auch beobachten kann und wir werden halt alles dokumentieren und es wird eine gruppenphase geben die gruppen werden eingeteilt werden ja alle plätze belegt sind logischerweise und dann werden die gruppen eingeteilt das mache ich aber mit einem random calculator also dass da irgendwie nichts passiert dass mir keiner unterstellen kann dass ich da unfaire teams also gemacht habe das ist alles mit einem kalkulator gemacht der das random raushaut ja wie gesagt schiedsrichter ist alles gesagt dazu ja template findet ihr wow gg kotti findet ihr wie gesagt auf der seite wo auch der typ wo auch alles zum turnier steht also auf dem link und ja was gibt es dann noch zu sagen habe ich irgendwas vergessen glaubt nicht glaubt nicht ja also gespielt wird was ich noch sagen kann sind die maps die gespielt werden das sind eigentlich alle vier mal zwei maps also zwei teams maps ansonsten steht auch wirklich alles noch mal auf der page ich habe mir das 5000 mal durchgelesen und noch mal alles bedacht was sein könnte lest es hier einfach durch seid nicht faul dann schaffen wir das auch schon euch da zu bewerben mit einem typen und ja weffert ist halt mein team partner bin ich froh drum so ein net die bad mit habe und da machen wir das und ja also das grüne bett habe ich und ich habe jetzt mit dem gelben unten ich hätte jetzt eigentlich noch warten müssen ich bin zu dumm ins wort zu bauen meine fresse mann komm mal bitte ganz schnell zur welt ganz schnell warte ich kauf mir gerade was ich shoppe gerade ja lass mich naja so werden wir es auf jeden fall schön einbauen so werden wir auf jeden fall das turnier gewinnen werden wir weiterhin so gute absprache haben lass mich erst noch shoppen ja und da diese runde so wundervoll schnell ging nämlich fünf minuten oder sechs minuten wenn wir gleich den kill noch haben ja hängen wir noch einen hin dran habe ich gehört ja er hat ein boh really danke ich habe das beste aber der hat auch bohms fack also muss man ihm ja mal lassen und ich hätte kein einziges mal getroffen sag ich ja bohms fack lass den alex ja also wir sehen uns gleich in der nächsten runde wieder bis gleich er verpiss sich halt einfach wirklich richtiger hurensohn dicker ich fick den typen dein ernst ja geh noch aus der runde und ich spring durch den ts zu denen ich fick dich alter ja gut lass mich mal wieder in die frage ich meine kopfhörer haben sich gerade vom tisch des fernsehers oder fernseher ich aufzureden ja ich mache jetzt eine redepause fünf sekunden ja zweite runde mit wer fährt rustic halt dein morgel wir rasieren ammer nach kai ammer nach kai ammer nach kai alles klar was war das ich könnte jetzt sagen meine katze aber eigentlich ist es mein stuhl den ich seit jahren nicht geölt habe kenn ich also es ist meine katze ich kann dich immer noch nicht pushen du musst den youtube kanal erstellen von jetzt auf gleich pass auf also heißt der lps der ist doch bei handy im klaren pass auf von hinten ja hab ihn diese diese warnung war sehr früh ja sorry er war halt ja er war grad noch oben ja er hat gehackt er hatte flyhack easy ah ja ok oh alter das sah fucking nach nur knockback aus der war noch speed nee bei mir ja ja aber er muss ja irgendwie zu mir gekommen sein nein fuck man hätte ich jetzt mal einmal in meinem leben wieder kein knockback bekommen dann wäre wer hätte ich für den speck gehabt alter armer nach koi ich bin auch so gut im igeln wie du ja wir sind so gut im igeln eigentlich müssten wir unser team von kotty army nein wir nennen uns nicht kotty army wir nennen uns nicht kotty army wir nennen uns nicht kotty army nein wir nennen uns auch nicht so das war einfach nur random eingetragen also komm lass mal einen teamnamen jetzt in ne runde hau einen raus hau einen raus bro die mit den süßen skins alles war hashtag die die mit dem süßen skins die mit dem süß mit den süßen skins ok ja so nennen wir uns ja ohne witz jetzt alter gut die mit den süßen skins hashtag natürlich davor gesetzt ja auf jeden fall ohne hashtag ist ja nicht cool ne ist nicht in oh kleines als ob wildy nigger schon wieder genau die gleiche map schon wieder genau das gleiche hast du zufälligerweise ein gold ich hab mir nämlich ne island spaziert ich bin gerade bei gelb bro transport gold 6 sekunden ok ich geh jetzt so blau sag mal wenn einer in die mittelrand von uns und hier aus äh ja ich kann grad nichts sehen von mir sind blöcke warte ich baue sie ab ok ja jetzt einer rennt aus der mittel ah jetzt bist du ups ok kotty op ach ich hab eisen ich hab eisen ich hab eisen ich kann zu dir kommen wir haben eine verbindung ja ja hast du schon lederrüstung ja ich hab lederrüstung aber ach ich wollte gerade gold turnen aber kam grad so ein spacken in die mitte dachte ich mir so hm ne lass mal soll ich noch beim eisen campen auf das zehnte gold also drei eisen nee ich hab nämlich gar keinen ja ok dann dann warte dann mach ich mach ich ja passt so ok ich hab leiter good game lass mich raten du wolltest cobwebs kaufen das bin ich du behinderter bollo hier 1 2 3 4 hier schieß lieber den gegner ab man so da kommt ein gegner ja kannst du mir auch mal sagen ja ich seh ihn einfach mal durch den villager shop man ja ich hab dich abgeschossen ja du hast mich abgeschossen dein teammate und ja beste team besprechung ever hui wir gewinnen auf jeden fall das turnier oder die runde beides alles alles klar komm auf ich hab sechs jetzt komm gleich mit ne 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 easy oh mein gott das war richtig knapp ich hab so richtig hart lange gebraucht um zwischen cobweb und schwert her zu switchen alter hi hi die okay ich hab mir jetzt ich hab mir jetzt ich hab mir jetzt die stärke hä auf rustic dein ernst ich hab mir ich hab mir jetzt eisenschwert so ich logo mlg clips gesehen ich hab mir jetzt einfach ne so ne scheiße guck ich mich an bo ich hol mir jetzt eisenschwert bo und dann ist ende dann ist deren ende dann naht es einfach dann ist einfach ende verstehst du mhm du hast doch nen bo oder ja so so halt also ich hab bogen aber keine end also hast du nen bogen super ja aber er ist so gut wie kein bogen weil ich nicht treffe ja ich hab schon verstanden du hast nen bogen so au jetzt komm ich alter jetzt ist ende im gelände also treffen die mich ja okay vielleicht sollte ich sterbe dein ernst komm nicht ein beste taktik EU west leute guckt euch die ab fürs turnier oh ein schuss ein treffer oder auch nicht kein schuss kein treffer ne alle schüsse kein treffer ups das ist bei mir ja lauf halt durch mich durch während ich spamme good game waferd ok hinterodieren im oa ziehen bro wow das ist einfach genau mein job alter das wird mein das ist einfach mein traum dieser job lol wave op immer diese op namen ich bin fast down fällt mir grad so auf ja dann komm her zu mir dieser moment wenn man nicht bemerkt wie viele herzen er hat ja ich achte nie auf meine herzen merk ich oh ich bin fast tot halbes herz der schwemmer ist gut also besser als ich ist auch nicht schwer es will schon nichts halten es will nichts halten ui schwemmer hat sich erstmal was zu essen ich hab noch 15 weitere mach weiter und du bist tot ich hab halt einfach noch gar nichts getroffen ne doch du hast gerade einen getroffen den alex sei stolz auf dich ich frag irgendjemand den ich nicht kenne ob wir auf den ts gehen wären cool hei 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 ein herz ein herz ein herz meep leiter effektiv hei hei er hat es einfach gemacht er hat es leider im lg gepackt in der aufnahme ey der kommt alex kommt ich hab einen ich hab getroffen oh der nutzt den villager als schutz der huchensohn ein herz boah digger alter ja warum gehst du noch raus nein ich wollte den block nicht aufbauen nein alex alarm ich bin tot dein ernst